Auch in Folge 2 von Die Cent Show haben wir wieder eine ganze Stange Geld. Allerdings nur ein paar Cent. Wer wird diesmal abkassieren und ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau sein? Möge das Intro hereinfliegen. Hier einen Zettel ziehen und dann bekommst du 1 Cent gewinnen, wenn du die Aufgabe erledigst. 1 Cent gewinnen! Wow! Ich mache so viele Liegestütze wie du kannst. Für jede Liegestütze bekommst du einen Cent. Ich kann maximal drei machen. Dann mache ich mit. Okay, ich muss gestehen, du bist gar nicht so unsportlich. Ja, doch schon. Ich bin klein und dick und kann nicht schwimmen. Schlag ein Rad oder Busselbaum. Ja, das kann ich nicht. Ich habe ja Holzbeine. Ich habe viel Bier in die Hackezelt getrunken. Also bist du hackevoll. Hackevolle, ja. Wie groß ist die Fläche der Wiesen in Fußballfeldern? Ah ja, aber mehr wie 18 sind es nicht. 43. 43? Ja, um Gottes Willen. Sind sie sehr traurig, wenn sie jetzt keinen Cent bekommen? Mir kommen gleich die Tränen. Drei Dinge, die sie auf der Wiesen machen wollen? Saufen, saufen und nochmal saufen. Einer, ja. Grüße in die Kamera deine Mama und sag ihr, dass du nicht so viel trinken wirst. Mama, das kann ich nicht machen. Ich muss heute saufen. Tut mir leid. Verbreite Liebe und gebe einem fremden Wiesenbesucher ein Pussy. I give you a Pussy. Look, look that. Hier kommt die Geldübergabe. Danke. Willst du auch einen Cent haben, ne? Natürlich. Okay, gut. Ist ja die Cent Show. Ja. Ina? Ja, komm. Komm, geh hinterher, geh hinterher. Lauf hinterher. Ich muss einen Cent gewinnen. Deine Bezahlung hast du dir verdient. Drei Bussis, drei Cent. Kannst du anlegen. Eins, zwei und drei. Yeah, danke schön. Danke. Das war das Ende der Cent Show. Ich habe wieder menschenreich und glücklich gemacht. Bis zum nächsten Mal bei die Cent Show. Alles klar. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020